Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute wieder mit einer neuen Waffe und zwar dem Zarmor-Krummschwert. Habe ich nur auf plus 9. Also wenn ihr es auf plus 10 macht, macht ihr auf jeden Fall mehr Schaden. Da zeige ich euch die Genereck natürlich, was für Schaden dabei rauskommt. Wie immer, Goldner Spur und Flamme gibt mir Kraft. Was ist mein Lieblingsgegner. Randa, L2, Spammen, Abfahrt. Das war schon, ne? Ups, ja, das war schon. Damit macht ihr jeden Gegner, der auch nur ein bisschen eisanfällig ist, platt. Also wenn ihr nicht gerade gegen die Eisprinzessin kämpft, besiegt ihr damit alles. Mit Leichtigkeit. Ganz, ganz einfach. Und was ich hier ausgesucht habe, also erstmal das Zarmor-Krummschwert. Löst Frost aus, ist klar, ne? Stärkung, Geschwindigkeit, Scaling auf C ist eh alles, ist alles wurscht. Ihr braucht eh nur das Talent. Wichtig, Ritualschwert-Talisman, weil ihr Full-Life seid. Ziegenbock-Talisman, damit ihr nicht interrupted werdet. Und Scherbe von Alexander, damit das Talent noch ein bisschen mehr Schaden macht. Dann könnt ihr dazu auch den Magie-Skorpions-Talisman nehmen. Der macht aber ganz wenig mehr Schaden. Ich gehe da lieber nochmal ein bisschen mehr auf Death. Und das war schon der Bild. Relativ easy erklärt. Jetzt auch mal kurz ohne Buffs, weil das Talent ist einfach broken. Es ist einfach geil. Man kann, jetzt habe ich gerade ein bisschen Pech. Alter, alle haben direkt angegriffen. Ähm, ups, ich dachte, du bist tot. Gut. Ähm, man kann, ähm, es gibt auch ne Möglichkeit, dass wenn der Gegner einmal gefrostet wurde, den Frost vom Gegner wieder weg zu machen, indem man ihn mit Feuer angreift und dann kann man ihn direkt wieder mit Frost, äh, zerstören. Da macht er natürlich nochmal ein gutes Stück mehr an Schaden. Das ist aber relativ kompliziert, deswegen mache ich das eigentlich nie. Es reicht einfach, wenn ihr die, den Eisturm von Zahmo spamt den Bilder, weil das ist am einfachsten. Und damit macht ihr alles weg. Die Eisturm, äh, die, ähm, Zahmo-Krumschwert findet ihr im Eisgebiet. Das Zahmo-Krumschwert findet ihr hier, Grab des heroischen Riesentöters, im Eisgebiet. Allerdings, äh, müsst ihr dafür eher, ich weiß gar nicht, kommt man hier hoch? Oder von da drüben? Nicht mehr so sicher. Kann sein, dass ihr von hier rüber sprengen müsst. Jaja, ihr müsst von hier rüber sprengen. Ihr kommt von hier aus nicht hier hoch. Dann müsst ihr also einmal komplett hier hoch, den Eissee entlang, hier wieder runter, ganz nach rechts und hier rüber springen. Solltet ihr aber hinbekommen. Und dann hier im Grab des heroischen Riesentöters vom Endboss bekommt ihr das Zahmo-Krumschwert. Also wirklich eine Endgame-Waffe. Und, ähm, ja, das war das Zahmo-Krumschwert. Lass mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die findet. Ob ihr die vielleicht auch benutzt oder schon benutzt habt. Gerne einen Like auf dem Video lassen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, demnächst geht, äh, endlich die Pokémon-Sucht wieder los. Dann gerne Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein!